So, bis wohin machen wir denn diesen Mist? Jetzt muss ich schon wieder Holzhacken gehen, oh Gott. Nehme ich mal erstmal den Baum hier vorne. Geh ich einfach mal weiter Holzhacken erstmal. Und wenn das hier alles abgefällt, dass alles runtergefallen ist und das wird alles fertig sein. Beschäftigen wir uns mit einem anderen Tipp. Sobald ich den Zaun und den Garten am Fettig habe, beschäftigen wir uns mit einem anderen Tipp. Weil ich habe auch immer wieder Lust auf was anderes, irgendwie Höhle erkunden oder so, ist ganz gut, glaube ich. Oder wir erkunden die Dungeons vielleicht. Ah, wäre auch ganz politisch. Dungeons oder... Ah, wir nehmen mal die Dungeons, weil dann können wir nämlich... Ah, ich weiß noch nicht. Ah, Eisen brauche ich auch. Also, na, wir nehmen die Dungeons. Da wird schon irgendwas Schönes drin sein. Dann brauche ich noch eine Hoh, damit ich das beackern kann. Und, ja, Samen bekommt man nochmal durch. Ah, glaub ich mir vielleicht, wenn man Samen bekommt. Dadurch, ne? Ja, äh, überlegen. Ah, spülen. Mach mal nichts. Ja, einsammeln. Ah, da kann man so ein bisschen lang sneaken, aber... Ob das so interessant ist... Na, na, na. Sneak ich von hier aus da drauf. Und dann sneak ich mal da drauf. Und ich bin so gut. Oh mein Gott. Bin nicht OP. Oh, sie ist, er ist. Oh mein Gott, es ist. Der Schaub hat gegessen. Bist du doof? Ja, mein Freundchen. Das heißt, du kannst ein Gras mehr zum Gras. Außer das hier. Ja, 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 ja. Ja, ich bin so. Äh, okay, da ist noch ein bisschen was. Ich nimm das mal mit, du Scheiße. Ah! Ah! Ach! Du, gehst du da von meinem Haus runter? Sag an, da ist ja wer, der Enderman? Hat der auch mal wieder Bock aufzutauchen? Ja, ich... Gehst du... Gehst du da von meinem Haus runter? Bist du denn wohl bescheuert? Wenn ich dich habe, ne? Dann ist aber, wenn du mir hier... Scheiß Block, Klaus. Oh, weißt du, du bist fieig. Wenn du mein Block, Klaus, ne? Hat er das aber echt. Ich weiß auch nicht, dann ist vorbei. Dann hab ich komponiert, ich muss das mal um die Enderments ausschalten, weil ich könnte sein, dass mir ein bisschen... Sack, geh in den Fall. Enderman... Okay. Holz habe ich, holz habe ich. Nein, ich wollte gar nicht laufen. Äh, holz, 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 holz. Und das, und das, und das. Zäune, 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 zäune. Ich hoffe mal, das reicht, dann kann ich mir gleich noch Gates machen. Entschuldigung. Sogar ein, nein, zu viel. Ah, dann bräuchte ich jetzt noch zwei Sachen. Einmal, wie geht das nochmal so, ne? Und... Natürlich so, wusste ich doch. Ich, oh Gott, ey, ich... Ich könnte mir echt von Kopfhörern. Was ist denn los, mein Minecraft... Geld... Ne, hier noch was noch. Zack, 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 zack. Und zack, zack. Zwei Soundtore, so. Jetzt noch... Ah, du bist doof, ich weiß. Jetzt brauche ich noch eine... Schaufel. Wieso hast du nicht... Ah, das reicht. Ähm... Ah, ich bin... Okay. Gehen wir hier lang... Wollen wir uns... ...dort lang... ...nah... ...ebenheit... ...zack, zack... ...zack... 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 ...gut... ...gut... ...wollen wir... ...hier noch ein bisschen... ...gravel... ...hier von der Ecke klauen... ...stone sand... ... ...ah... ...ah... ...ha... ...huh... ...ach... ...schau eine an... ...hätte ich da... ...hätte ich doch mal... ...früher gewurscht. Dann wäre auch nichts anderes gewesen... ...hier war ich bei der letzten Aufnahme... ...da muss ich mir mal ein bisschen... ...mhm... ...ich... ...bleib mal hier stehen... ...baue mir mal ein bisschen Gravel ab... ...ah... ...hier ist ja so ein schönes Gravel vorkommen... ...das ist ja ganz... ...schön für mich. So, jetzt kann ich ja noch ein bisschen... ...im... ...gravel vorkommen... ...rumbuddeln... ...oha... ...wieso wird das so rot? Nicht doof? Ah... ...das zeigt man, dass die Sonne untergeht, ne? Die Sonne scheint so rot, ne? ...schön... ...sagt aus, als ob da alles Blut ist... ...äh... ...Bloody's Queen... ...Bloody's Queen... ...Bloody's Queen... ...eben wenn man stirbt... ...bei irgendeinem Ballerspiel... ...dann... ...das immer so rot wird... ...in Blut, ne? Tür... ...tür... ...tür... ...so kann das passieren... ...sieht auch schon schnieker aus hier... ...tür... ...zu... ...und... ...tür... ...tür... ...zu... ...so... ...gibt es irgendwas zu erzählen... ...jetzt schlaf... ...mein Kindchen... ...schlaf... ...da sind wir sind... ...so... ...da nehme ich mir wieder... ...den Mist raus... ...ich habe doch sicherlich noch irgendwo... ...graviert... ...ich bin voll... ...wat ist dat... ...wat ist dat... ...das sagt er schon mal einiges... ...äh... ...äh... ...wieso mache ich die jetzt... ...wieso mache ich die jetzt... ...ich bin doch ein Idiot... ...nein... ...das... ...muster... ...schneller raus... ...den... ...Clay packe ich da rein... ...weil ich so... ...cool bin... ...ähm... ...oh... ...das wärs mal brennen... ...ich weiß auch nicht... ...ich habe doch Gravel, ne? ...ähm... ...kies... ...damit werde ich jetzt hier... ...den... ...coolen... ...weg... ...bauen... ...werde ich hier jetzt... ...ähm... ...wieder überlegen... ...hmmm... ...da... ...kackt meine Frame grad ab... ...werde ich jetzt hier... ...undundundundundundundundund... ...oh... ...das sieht schon mal so gut aus... ...oder werde ich lieber... ...ähm... ...ähm... ...hähm... ...shhhhh... ...hähm... ...und dann werde ich noch.... hier wird ein wasser da muss ich das ja ein bisschen Symmetrie muss ja auch ich mache hier auch einen Doppelweg kennen ich mache hier auch einen Doppelweg kennen wahrscheinlich weil ich ein bisschen doof bin habe mir zu wenig ich habe mir zu wenig Grappier mitgekommen so jetzt holen wir das da raus weil es einfach dann irgendwie besser aussieht mit Erde anstatt da jetzt stein drin ist das ist ja auch nur Nebensache ich mache das abends so wollen wir mal hier rüber da blub 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 muss ich das verstehen ja weil ich so doof bin da oben ist grad blub 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 ich habe er genug ich brauche mich zack 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 so nehmen wir das Kavel hier mit da ist ja auch genug k k k k k das war ein schöner Köper. 10 Punkte 10 von 0 0 von 10 Punkten k traurig stelle meine fremd einrichter k k st Finkaufel Vorkommen die Kiege die deutschland jetzt dort jetzt die schilder weiter zu 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 gut k jump ran einmal gleich ich habe hier ein bisschen Eisen Backsteine